So und ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play CTR Crash Team Ich hoffe euch geht es mal wieder relativ gut, ja ich habe auch Lust drauf, man hör auf! So, jetzt hier, weil er geht es, das war ich halt, ich war das, mit der komischen Stimme, ich war es natürlich meine Freundin, mit der Stimme. Mensch ey, immer geht die Kamera nicht aus, ne? Ja, egal, komm, das ist halt so jetzt. Ich muss es mal so jetzt, ich muss es jetzt einfach mal so durchhalten, ist egal. Äh, ich habe auch eine Runde hier, CTR nicht lange, aber ich habe keine Zeit, ich habe heute überhaupt keine Zeit, meine Freunde, für diesen, für den ganzen Tag, also heute Samstag, heute Samstag, heute Samstag, heute Samstag, meine Freunde und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe heute nicht viel Zeit, leider, weil das, das halt, heute auch ansteht, ich habe heute nicht viel Zeit, aber ich werde trotzdem heute versuchen, zu teilen, wie möglich auch gute Launcher haben, und dass ich wenigstens so ein paar Minuten wieder spielen kann. So, hier, wenn du mal eins wichtig jetzt, super, gut, so, bis gleich, mach ich, ja, so, aber ich auch, du kannst mir ja wenigstens in 5 Minuten mal eben, ganz kurz hier, mal eine schöne Arbeit machen lassen, das ist mir von dir, vielen Dank, liebe Spiel, aber die Leidzeiten dauern so lange, die Leidzeiten dauern ernsthaft so lange. 1, 2, 3, ich habe keinen Bock, um mal die Sache hier mal auszumachen, ihr müsst auch mal sehen, wie ich leide, so, auf geht's hier, los geht's hier, mit den Rennen hier, ich bin sehr gespannt, los geht's, sehr gut, danke schön, und los geht's, yes, wir schaffen das, meine Freunde, wir schaffen das, genau, sehr gut, danke schön, ja, sehr gut, danke schön, zack, und nochmal, ja, das machen wir echt gut, meine Freunde, bin ich auch sehr zufrieden mit allen, meine Freunde, ach, zack, ja, sehr schön, noch weiter, wir müssen uns jetzt hier richtig gut anstrengen, meine Freunde, zack, ja, ist okay, ach, komm, ey, ist egal, komm, müssen wir trotzdem gut, also, habe ich trotzdem gut gemacht, zack, zack, und zack, und zack, und zack, ja, wurde anstrengend, muss sein, ach, man wirklich Spaß, meine Freunde, und zack, und zack, und zack, und zack, ja, so, gut, ja, so, gut Laune, brauchen wir auch, auch echt mal, bei diesen coolen Spielen, hier, so, das, genau, nicht so Runde, jetzt hier, nicht so Runde, aber, es ist egal, zack, zack, und nochmal, boom, und nochmal, boom, und das haben wir gut gemacht, ja, und zack, oh Gott, ich mache mich fertig, habe ich gesagt, ich mache mich fertig jetzt, alles gut, so, ja, upsala, zack, und boom, und so, so so alles gut so zack und bumm und dann haben wir gar nicht mal so schluss gemacht eigentlich schon ja wir müssen uns anstrengen aber ich schaff es auf jeden fall gut hier abzuschneiden natürlich meine freunde ja egal zack zack boom okay zack boom und nochmal ja sehr gut boom 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 und nochmal ja haben wir gut gemacht haben wir gut gemacht zack 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 und ach komm ey was soll eigentlich die ganze zeit hier ja egal auch komme und nummer boom ja sehr gut und warm und wir müssen uns anstrengen jetzt hier und das haben wir jetzt wir müssen uns dann und zack dann bis gleich meine freunde beim nächsten rennen bis gleich ich möchte sehr gerne eben mal so eine runde oder zwei runden zumindest noch mal eben oder ach ich weiß auch nicht wie lange die runde das geht hier ich weiß auch nicht wie lange ich auch jetzt eigentlich noch zeit habe ich die aufnahme aufzunehmen aber ich will einfach jetzt mal ungefähr noch ein renn machen und dann wenn ich einfach das ganze das play ende nein ich meine das ganze hier ich würde sehr gerne eben ganz kurz mal die hellwürden strenger machen die wir echt die welt die wäre schön die sehr gut geht dann machen wir einfach drei runden nur nicht deinen nicht drei runden nämlich nehme ich nur eine oder zwei runden ich gucke mal wie lange ich auch zeit habe aber egal 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 alles in ordnung so jetzt geht es aber weiter hier sehr gut Dankeschön so geht es aber hier kommen wir müssen uns echt ballen sehr gut komm mach einfach jetzt so lange anstieges dinge spiele komm mach doch mal jetzt hier 1 2 3 4 4 4 5 5 6 ich hasse ausgleich hier ich hasse mein lebenslose 5 jahre dauert das hier geht es geht so aber trotzdem ist das so los geht es auch cool gemacht die strecke ist echt gut hier die hellwürden strecke die passt zwar nicht so gut zu meinem alltag hier aber dafür sieht man wenigstens mein gesicht links unten sieht man zumindest ist ja auch gut ne ist ja auch was würde ich auch sagen meine freunde aber ist egal zack 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 und das haben wir echt gut gemacht okay und weiter geht es hier und wir müssen uns echt anstrengen aber ist egal machen es echt gut so sehr gut ach komm ey ach schütte ey wir müssen uns bei allem meine freunde lustig sehr große jahre aber egal zack zack und das haben wir gar nicht mal so schlecht ausgewischt also es war gar nicht mal so schlecht also ich habe es gar nicht mal so schlecht ausgewischt meine freunde aber es war gar nicht mal so schlecht ausgewischt ist egal zack 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 komm ihr müssen uns anstrengen meine freunde so muss es doch einfach sein ja genau zack zack hier zack zack jahre Wir sind die besten der welt das macht wirklich spaß so meine freunde so ein bisschen ausgerasten cool die schreit einfach gut und die schreit einfach so gut gemacht meine freunde cool gemacht okay ich würde sagen mein roger beim nächsten mal die wildspace der question für eure aufmerksamkeit vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis zunächst mal alles auf die dank